So, dann sind wir schon. Also, wie gesagt, jeder kann, äh, Spiel sehe, wird es jetzt abgedreht. Jetzt mal, wenn ich das Spiel sehe, wird es abgedreht. Ja, wie gesagt, ist ein echt, also, mein erstes IP-Episode, Episodenspiel, muss ich sagen. Nochmal vielen lieben Dank an den lieben, den, ich glaube, Underworld war es gewesen, der es gesponsert hatte. Ich meine, Underworld war es gewesen. Nochmal vielen lieben Dank dafür. Ähm, mein erstes Episodenspiel und gleich so ein Knaller, die erste Episode habe ich so gedacht, Ah, naja, gut, ne, aber dann wurde es immer heftiger und krasser. Ähm, nein, worauf wollte ich hinaus? Jeder kennt von euch den Butterfly-Effekt. Und da war es ja auch so gewesen bei dem Film, ähm, da geht es ja auch um diesen Schmetterlingseffekt, aber zum Beispiel bei Until Dawn ist das ja auch drin. Deine Entscheidung, die du triffst, verändert halt so die Zukunft, so extrem. Und der bei dem Film hat es ja auch versucht, immer wieder besser zu machen, durch dieses Foto-Zurück-Reisen. Und jedes Mal, wenn er es meint, er hat es besser gemacht, wurde irgendwas anderes schlimmer. Und es kann natürlich sein, dass dadurch, dass wir jetzt so viel verändert haben, die ganze Welt quasi in sich zusammenbricht mit diesem Tornado, ist nur eine Vermutung. Aber wir werden es sehen. Ich schaue jetzt mal, was... Hey, die Toiletten, immer ein Ort der Sicherheit. Zumindest in Horrorspielen. Ich werde so glücklich sein, wenn das der letzte Digi-Code ist. Ja. Toll. Ähm. Great. Nummern sind überall auf dem Platz. Wie will ich den richtigen Code finden? Ähm. Wie lustig, dass sich aber die Codes nicht spiegeln im Spiegel. Äh. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht. Das wird ein bisschen dauern, würde ich sagen, bis wir alle durch haben. Das erinnert mich ein bisschen an den Film... Wie hieß der? Number 23? Number 30... Nee, 23 oder irgendwie sowas mit Jim Carrey. Alter. Ich kürze euch. Okay, fangen wir mal mit der Tür an. 4308. Hallo, Pankeller. Ich grüße dich. So, warte mal. 4... 3... 08. Ja, war ja klar. Der sich spiegelt vielleicht. Ja, ich schaue gerade mal. Ah. Tatsache. Warte mal, der müsste... Wo müsste der denn stehen? Der müsste hier stehen, ne? Da. 0 3 11 oder 11 3 0. 0 3 11 probieren wir mal. 0 3 11. 0 3 11. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wo wir jetzt... Wer die Wahl hat, hat die Qual. Bin ich jetzt mal gespannt, wo wir hinkommen. Don't kill us, Max! I guess I'll never dance again, Max. Right, when I was about to start a new life in California. Erinnert mich ein bisschen jetzt gerade an, als ob gleich die Atombombe runtergeht und das alles nur so Schaufensterpuppen sind. Wie bei, äh, Fallout oder wie bei zum Beispiel Nuketown von Call of Duty. Ich kann nicht glauben, dass du mich küsst. Das bedeutet nicht, dass ich sterbe. Und ich werde mich töten? Max, bitte save uns. Save die Bigfoots, Max. Bitte. Ja, wir sollen sie alle retten, natürlich, klar. Du bist ein Soldat, den ich mir gewünscht habe im Krieg. Der Hausmeister. Ähm. Okay, ich schaue nochmal eben. Ist ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ich hoffe, dass du mit dir leben kannst, nachdem du dich selbst nachdem bist. Ich weiß, Max, nicht zu mir, damit wir endlich haben unsere T-session. Wer? Wer bist du? Holy shit, bist du serial? Ich bin du, dummass. Oder ich bin einer der viele Maxx-innen du hast. Kannst du mich raus? Oh, also du willst Hilfe? Ich dachte, du kannst du alles kontrollieren und alles, was? Ich schaue die Zeit um deine Finger. Ich bin ein Sprecher. Nein, ich bin ein Survivor. Ich habe keine Erfahrung in Zeitreise, oder Stopping Psychopaths wie Jefferson. Ich habe das, was ich hatte. Oh, die Jury will love to hear about your mad Zeitreise-Travel-Skills. Ich weiß, was ich bin. Du bist nur versucht, mich zu schützen. Du bist ein verdammter Hypokritiker. Juste mal auf die Schmerz du hast. Das war nicht mein Falt, du sonn-of-a-Bisch. Du bist nicht so schützend zu sprechen, um unsere Mutter zu sagen. What about the crap that was your fault? Wait, wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk, Chloe. You think she's worth all that? My best friend. We are testing my Schicksal. This has to be my destiny to save her. I wouldn't be trapped in here if I didn't believe that. No kidding. Chloe trapped you with her drama. Guns, drugs, Rachel. Even stealing money from the Handicapped Fund. She's just using you, dude. Like, she even asked you to end her life and do what she couldn't do by herself. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework. So you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? You're just another puppet. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy... Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week. And you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After five years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we get that mushy shit out of the way. I feel like stage diving. Let's thrash this place. Yep, yep. I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that pony white ass. Or take my picture with your new camera. Die... Diese Szene kenne ich überhaupt nicht. Kann das sein, dass das Szenen sind, die wir hätten erreichen können? Oder wenn es anders gewesen wäre? Weil, dass wir eine Kamera von ihr bekommen haben, kann ich mich nicht entsinnen. Dass es wohl die, die Lieblingskamera von Chloe war und die uns sie gegeben hat? Okay. Die Song ist fucking rules. Kannst du tanzen, hippie? Komm her! Rock out! Ich weiß, es war dein Geburtstag last month. Das war meine reale Fatherskamera. Ich will, es zu haben. Ja, natürlich. Die Song ist fucking rules. Kannst du tanzen, hippie? Komm her! Rock out, girl! Yo, schau es auf! Schau es auf! Du musst jetzt schaukeln. Jetzt! Mein Vater wird mich töten, wenn er dich hier findet. Ob du was verpasst hast? Ich weiß nicht, wo du aufgehört hattest. Also, wir sind jetzt gerade ja aufgewacht hier in dieser Gedankenwelt. Ich habe noch ein bisschen eine Vermutung, dass es vielleicht Sachen sind, die wir hätten erleben können, wenn wir uns vielleicht anders entschieden hätten, aber ich bin mir da noch nicht sicher. Du hast mich geholfen. Ich bin noch immer tritt auf das. Versehen Sie nach all diesen Jahren fühlt sich wie... Destiny? Wenn das ist Destiny, ich hoffe, wir können nach Rachel finden. Ich erhebe sie, Max. Was ist das? Snowflakes? Oder ein Sturm ist gekommen? Max, start von der Beginn. Tell me alles. Das haben wir, glaube ich, erlebt. Da kann ich mich noch dran entsinnen. Creepy Zeug und so, ja. Das haben wir auch erlebt. Das war im Deiner. Ja. Das haben wir erlebt. Also die letzten beiden Szenen hier, die haben wir erlebt, das weiß ich noch. Aber die ersten beiden nicht. Willkommen zu Amerikan Rust, mein Haus weg von Hell. Raw and rough. Es suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also super-sized? I don't feel so super. Max, here. Let me help you find a place to chill. You freak me out there. Do you feel any better now? Also da weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir bei ihr auf den Schuss gelegen haben. Da bin ich mir Tim, also nicht so ganz sicher. Hier ist der Zug. Uh, die Zugszene. You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. Hm. That's okay. We will. Forever. Ich meine ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Ja. Welcome to my domain. Das ging darum. Magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. No, you are not taking the cozy chair. Max, do you have your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. Yeah, I know how you're going to go. Yeah, I know how you're going to go. Why look? A otter in my water. Your power changes everything, Max. Especially you. Well, I can already tell you. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. All right. You make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. Also, ich glaube nicht, dass wir die Szene so hatten. Ist das Game zu empfehlen? Hab's bisher nicht groß verfolgt. Wenn du auf so Sachen stehst, wie gesagt, vom filmmäßig Butterfly-Effekt halt mit Zurückreisen und deine Entscheidungen können halt Leben retten oder, ja, Leben ins Verderben stürzen und jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, kann es dir zum Vorteil kommen, kann es dir aber auch zum Nachteil kommen. Dann bist du sehr bedient, ist aber leider nur auf Englisch. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hyde! Hyde! You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell-Fugitive. Crash at my place tonight. Hmm. Da sind wir geflüchtet im Schwimmbad. Und jede Entscheidung, die wir getroffen haben, hat andere Auswirkungen gehabt. Und ich bin echt gespannt. Ja. So war unsere Szene nicht gewesen. Sie haben sich zwar auch geküsst, aber Chloe fand das nicht so berauschend. Und das war noch eine andere Szene hier, die wir nicht so erlebt haben. Sondern eine deutsche Version kommen vielleicht. Ja, dann werde ich definitiv nochmal spielen. Das weiß ich jetzt schon. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know. Just daydreaming. That makes me ill, but Rachel posed like this for Frank. Wo? Wo? Wo war... Wo war die Szene denn gewesen? Die kenne ich so gar nicht. Kann es sein, dass das die im Wohnwagen war? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher, wo die war. Mann, ich bin so froh, dass mein Vater cool ist. Max, du bist so verrückt. Du fühlst dich okay? Chloe, ich bin großartig. Wir sind großartig. Ich bin so froh, dass du wieder mit dir bist. Ich weiß. Ich bin glücklich, dass wir uns sind. Das Schlimmste, was du kannst, ist mich wie ein Baby behandeln. Ich will trotzdem rüchtern und reden mit meinem Freund. Können wir uns aufhören? Das ist wirklich die beste Sicht der Sonntag. Was haben die Fotografen? Ja. Das haben wir auf jeden Fall so erlebt. Wow, eine fantastische Bildung. Wir sehen uns so schlecht in unsere Pirate gear. Wir sollten uns über die Arcadia-Babe haben, wenn wir die Chance hatten. Hör, Max. Mein System der Respirativen ist verletzend. Und... Und es wird nur noch schlimmer. Ich habe gehört, die Doktor sprechen über das, als sie gedacht haben, dass ich rausgekommen bin. Also... Ich weiß, dass ich nur die Inevitable auspüren, während meine Eltern zuhören. Und ich werde auch. Das ist nicht so, wie ich möchte, die Dinge enden. Was? Was sagst du? Ich sagst, dass ich mit dir wiederum bin, ist so special. Ich wollte es nur so fühlen, als wenn wir Kinder über die Arcadia-Babe waren. Und alles war möglich. Und du hast mich heute so fühlen. Ich will diese Zeit mit dir... ...mein letzte Erinnerung sein. Verstehst du das? Ja, da wollte sie, dass wir die... ...lebenserhaltenden Maßnahmen abstellen. Für sie. Das war... Boah... Boah, wenn ich mich daran erinnere, eine... ... alter Finne. Das war eine Entscheidung... Puh... Als wäre es gestern gewesen. Du bist zurück. Ich bin... Ich bin... Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Du klingst hoch. Aber danke für die Morgengruppe. Seitdem wir alle Nacht spielten, CSI Arcadia-Babe, war ich hier noch spaziert und versucht, all diese Informationen zusammenzubringen. Genau, da haben wir versucht, alles rauszufinden mit der Tafel. Kate war nicht der erste. All diese Binders sind mit anderen Verständn. Viktoria muss jetzt sein. Nathan muss planen, die Dose her heute Abend, auf der Vortex Club party. Rachel... Das kann nicht sein. Diese sind alle... ... die sind alle Post-Shots, richtig? Right? Die Schrauben! Max, wir müssen diesen Ort finden, jetzt! Dann können wir sehen, was er getan hat. Es gibt keinen Weg, dass sie tot ist! Kein Weg! Sie postet für diese Bilder, Max. Ich weiß es. Bitte, bitte, los! Wir sind raus. Haben wir rausgefunden, dass am... ...Schrottplatz wohl Rachel zu finden sei. Und sie war wohl nicht die Erste. Und dann haben wir es gefunden. Rachel, nein, Rachel, nein, nein, bitte, nicht! Chloe... Rachel, warum? Nein! Ich bin sorry, Chloe. Ich bin so sorry. Ich liebe sie so viel! Wie kann sie tot sein? Welche Welt tut das? Wer tut das? Wer tut das? Und ich glaube... Es geht so langsam dem Ende hinzu. Bitte, warte auf! Max, komm jetzt! Oh! Oh! Rachel Amber ist eine vermisste Schülerin. Eine gute Freundin von Chloe. Max! Kannst du mich hören? Bitte sag etwas, Chloe! Ich... Ich musste rausgefunden haben. Ich danke Gott! Du hast das nicht immer wieder gemacht, okay? Ich versuche... Aber der Nahrung war so real! Es war so schrecklich! Ach, der Turm ist schon eingestürzt. Okay. Wie lange waren die Episoden bisher? Boah, wie lang gingen die Episoden? Vier Stunden immer so um den Dreh? Vier, fünf Stunden? Denke ich mal. Und wir haben versucht rauszufinden, wer... ...Rachel Amber ist und was mit ihr geschehen ist. Ich verletzte alles! Ich verletzte alles! Und alles, was ich wirklich erschaffen war... ... war die Möge und die Destruktion! Fuck all that! Okay? Du warst eine Macht. Du hast es nicht gebeten. Du hast es gebeten. Du hast es gebeten. Und du hast mich gebeten. Das muss passieren. All das getan. Außer was mit Rachel. Aber ohne deine Macht, wir hätten sie nicht gefunden. Okay. Du bist nicht der Verdammt Time Master, aber du bist Maxine Caulfield. Und du bist großartig. Du bist großartig. Max. Das ist der einzige Weg. Nein. Nein. Ich fühle mich, dass ich das Foto vor 1.000 Jahren habe. Wir haben das Gefühl, als hätten wir das Foto vor 1.000 Jahren geschossen. Du... ... du kannst diese Foto vor allem ändern. ... inwanderst du alles, den Sie auf die Foto vor 2.000 Jahren geschossen. Alles, was das bedeutet, ist für mich... ... ... die ... ... die Zer... ... die Eich hat. Das war das. Nein, nein. Du bist jetzt mein Nummer 1 Clare am Platz. Du bist alles, was mir wichtig ist. Ich weiß. Du hast das immer und immer mehr. ...w节ens ich es nicht behauptet. Ich bin so seltsam, nicht wie meine Mutter. Schau mal, was sie hatte, um zu leben und zu leben. Und sie hat es. Sie hat so viel mehr, als zu werden, als zu sterben in einem verdammten Diner. Selbst mein Bein Vater hat sie zu leben. Es gibt so viele mehr Menschen in Arcadia Bay, die sich leben müssen. Way mehr als ich. Hey, don't say that. Ich werde nicht mit dir verraten. Du bist nicht mit mir verraten. Vielleicht hast du nur noch meinen realen Besten. Schau mal, wie viele Male Male ich quasi zu sterben habe, oder tatsächlich zu sterben, um dich zu sterben. Schau mal, was in Arcadia Bay passiert, seit du mich erst zu verraten hast. Ich weiß, dass ich selbst bin, aber für einmal. Ich denke, dass ich meine Fein beinahe muss. Unsere Fein. Oh, weh. Max, du hast endlich zurückgebracht, diese Woche. Und du hast nichts gemacht, aber du hast mir deine Liebe und Freundschaft. Du hast mich schreien und lachen, wie ich in Jahren nicht gemacht habe. Wo ich da bin, nach dem Moment, nach dem Moment, in der Realität, alle die Momenten zwischen uns sind reale. Und sie werden immer uns selbst sein. Im Moment, was du wählst. Ich weiß, dass du die richtige Entscheidung machen kannst. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Strohsack. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle für YouTube einen Cliffhanger. Ja, mal guck's in der nächsten Folge weiter. Ja.